Der Kreisküchenspezialist des Jahres 2015 in der Kategorie Kundenzufriedenheit. Der Kreisküchenspezialist des Jahres in der Kategorie Kundenzufriedenheit geht an die innovative Küche Ralf Kling. Ralf Kling, die innovative Küche, Küchenspezialist des Jahres 2015 in der Kategorie Kundenzufriedenheit. Was war denn eurer Meinung nach das Ausschlaggebende? Ja, da ich nicht in der Jury saß, weiß ich nicht, was ausschlaggebend war. Aber für uns war einfach von Anfang an wichtig, seit Beginn der Firma, dass wir so arbeiten, dass unsere Kunden zufrieden sind. Und ich gehe davon aus, das hat der Jury gefallen. Wie waren die Rückmeldungen der Kunden? Ja, die haben wir wenig mitbekommen. Wir haben sie angeschrieben über dieses Verfahren, das uns vorgegeben wurde. Und die entsprechende Beurteilung fand dann online statt. Wir werden die Befragebögen im Nachhinein bekommen. Die hatte ich angefragt. Und parallel dazu fühlte ich mich einfach veranlasst, meine Kunden auch mal persönlich zu fragen und nicht nur in einem Schriftstück. Und hierüber haben wir einen Film gedreht, den man bei uns auf der Homepage sehen kann. Was war das für ein Gefühl gerade, als bekannt wurde, ihr seid Preisträger? Ja, überwältigend. Absolut überwältigend und stolz, dass das Getane auch wirklich Anerkennung findet. Habt ihr damit gerechnet? Gerechnet nicht, aber darauf hingearbeitet. Warum sollen die Kunden zu euch ins Küchenstudio kommen? Damit sie ehrliche Küchen bekommen und Spaß haben.